SR 3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Konstantin Schreiber ist seit einigen Jahren regelmäßig zu Gast in unserem Wohnzimmer. Seit etwas mehr als drei Jahren ist er Sprecher der 20-Uhr-Tagesschau. Als Journalist und Reporter hat er viele Jahre in arabischen Ländern gearbeitet und gelebt. Außerdem hat er zahlreiche Bücher geschrieben. Jetzt ist mit Kleopatras Grab sein erster Krimi erschienen. Und heute ist Konstantin Schreiber mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Schreiber, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag. Moin Moin. Moin Moin. Aus Hamburg zugeschaltet. Sind Sie vor oder nach der Tagesschau? Nach. Ich bin um vier Uhr aufgestanden und hatte schon MoMA-Dienst, wie wir so schön sagen. Also ich bin schon ein bisschen wach. Sie sind schon wach, aber dafür klingen Sie noch sehr wach. Sie haben ja schon einige Bücher geschrieben, aber Kleopatras Grab ist jetzt Ihr erster Krimi. Wie kam es dazu? Lesen Sie selbst gerne Krimis? Ja, ich bin tatsächlich ein großer Krimi-Fan. Ich liebe vor allem auch Agatha Christie, die ja selber viele ihrer Krimis im Nahen Osten hat spielen lassen. Also da schließt sich der Kreis sozusagen. Da kamen dann mehrere Inspirationen zusammen und ich hatte die Idee schon länger. Ich hatte auch den Plot schon sehr genau im Kopf. Und dann bot sich die Gelegenheit tatsächlich Nägel mit Köpfen zu machen. Und dass das jetzt raus ist, das Buch freut mich natürlich sehr. Das glaube ich. Und an Agatha Christie muss ich auch gleich denken. Tod auf dem Nil, auch eine wunderbare Geschichte, die eben in Ägypten spielt. Sie selbst haben eine Zeit lang in Ägypten eine Fernsehsendung auf Arabisch moderiert. Bei einem ägyptischen Sender lag es danach, auch Ihren ersten Krimi in Ägypten spielen zu lassen. Oder was hat Sie gereizt an diesem eher ungewöhnlichen Schauplatz für einen deutschen Krimi-Autor? Ja, ich habe insgesamt sieben Jahre diese Sendung in Ägypten produziert. Also ich bin immer hingefahren, um dann die Folgen zu drehen, war in Ägypten auch wahnsinnig viel unterwegs. Und dadurch habe ich, glaube ich, noch mehr als in anderen Ländern im Nahen Osten, wo ich viel gewesen bin, auch gelebt habe ja tatsächlich, so Einblicke bekommen, ganz viele Leute getroffen, das gesamte Land bereist. Und es gibt auf ägyptisch-arabisch den schönen Spruch, Fia Hagahelua. Das heißt, so ein bisschen frei übersetzt, es hat was. Das sagt man so über Ägypten, weil vieles ist natürlich auch chaotisch und funktioniert nicht so gut. Aber wenn man dann die Pyramiden sieht oder an der Bucht in Alexandria steht oder in Abu Simbel, dann sagt man so auf Arabisch, Fia Hagahelua, also es hat was. Ich war leider noch nie in Ägypten, aber ich glaube, ja, dass es was hat, auf alle Fälle. Dann lassen Sie uns doch mal schauen, um was es geht, ohne zu viel zu verraten. Wie es sich für einen guten Krimi gehört, gibt es klar, einen Mord. Ein hochrangiger Priester wird tot aufgefunden und das sorgt natürlich in Alexandria für große Aufregung, wo die Geschichte spielt, ein Religionskonflikt, tot. Außerdem geht es um ein gut gehütetes Geheimnis, was seit vielen Jahrtausenden gut gehütet wird. Klingt eigentlich nach genau den Zutaten, die ein spannender Krimi braucht. Das ist gut, wenn Sie das so sehen. Ich habe ihn gern gelesen. Ja, ich habe mich ja erstmal auch für Alexandria als Spielort entschieden, als Schauplatz. Jetzt geht es nicht für Kairo und auch nicht für Oberägypten, wo ja die altegyptischen pharaonischen Relikte und Städten sind. Also das, was man im Kopf hat, wenn man an Ägypten denkt. So ein bisschen die Klischees, die vor allem dann einem einfallen, da ist Alexandria ein bisschen anders. Alexandria ist eine späte Gründung, wurde zur Zeit Alexanders des Großen, daher auch der Name gegründet. Und nicht pharaonisch wirklich beeinflusst, also nur weil die Ptolemäerkönige als letzte Dynastie dort gelebt haben, aber da ist auch nicht so viel von erhalten geblieben letztlich. Sehr europäisch anmutend von der alten französischen Architektur aus der Mandatszeit, gleichzeitig mit spannenden arabischen Einflüssen, sehr multireligiös, Muslime, aber auch ein großer Anteil Christen. Und ich wollte gerade das, also ich wollte auch mal in Ägypten jenseits der Klischees zeigen, denn das gibt es eben auch. Und das ist Ihnen auf alle Fälle gelungen. Und was auch nicht einem Klischee entspricht oder ja auch überrascht, die Ermittlung in dem Mordfall an diesem Priester übernimmt eine junge Kommissarin. Theodora ermittelt, sie ist ja selbst Teil dieser orthodoxen Minderheit. Ist es realistisch oder warum haben Sie ja gerade diese Hauptfigur geweht? Na, es ist nicht komplett unrealistisch. Bis zur Nasser-Zeit, also als der Pan-Arabismus blühte und eine sozialistisch-nationalistische Politik einzukielt, war diese griechische Diaspora in Ägypten sehr groß. Dann haben die meisten das Land verlassen, aber ein paar gibt es noch. Also es gibt noch eine kleine Zahl, vor allem eben in und um Alexandria, die dort auch, also ja, in allen Jobs vertreten ist. Also insofern könnte es, ich habe jetzt nicht angefragt, tatsächlich bei der Polizei von Alexandria haben sie eine griechische Kommissarin, aber es wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Aber eine Kommissarin, die könnte man in Ägypten auf alle Fälle treffen. Doch, 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 das schon. Also es ist ja, auch wenn man so aus Europa und aus den Debatten, die wir hier führen zum Teil dann nach Ägypten und überhaupt in den Nahen Osten kommt, eine ganz spannende Erfahrung, weil es sehr viel breiter im Spektrum ist. Also natürlich hat man auch sehr konservative Strukturen und sehr religiöse Menschen, aber es gibt auch eine sehr säkulare Mittelschicht und vollkommen weltliche und auch sehr westlich geprägte Menschen in der Oberschicht. Deswegen gibt es alles. Es gibt die Bauern, die tatsächlich ein Leben führen wie vor vielen Jahrzehnten und sehr fortschrittliche auch Frauen, die in allen Berufen vertreten sind. Das Spektrum ist sehr viel größer, als auch da manches Klischee es, glaube ich, vermuten lassen würde. Was es ja spannend macht und sicher auch spannend gemacht hat für Sie als Autor dann eben auch. Ja, das Spannende, wenn man jetzt ansonsten sich vor allem in der Sachbuch-Sphäre bewegt, so wie ich, ist im fiktionalen Bereich vor allem, dass ich so frei bin und es ja mit mir ausmache. Also ich muss ja keine Interviews führen jetzt groß, außer dass ich natürlich eine korrekte atmosphärische Beschreibung wiedergeben will. Aber es geht ja vor allem darum, das, was man im Kopf hat, als Bilder, als Handlungsstrang, gut und passend und inspirierend zu Papier zu bringen. Also ein ganz anderes Schreiben. Also es klingt, als hätte Ihnen das Schreiben an Ihrem ersten Krimi viel Spaß gemacht. Sehr, sehr. Also das war auch schon bei meinem Roman, den ich geschrieben habe. Ja, der hat ja sehr, sagen wir, polarisierende Reaktionen dann ausgelöst. Das wird hoffentlich jetzt hier nicht so der Fall sein. Aber doch, ich empfinde dieses Arbeiten an einem fiktionalen Werk in besonderer Weise als erfüllend und auch etwas, was mich total rausnimmt. Ich habe dann auch mich ein paar Wochen abgeseilt, um es dann final fertig zu schreiben. Und da bin ich dann auch mit mir und mit meinen Gedanken und mit großem künstlerischen Engagement und Drive dabei. Es ist einfach großartig. Und Ihre Kommissarin, eben Theodora, die kommt diesem gut gehüteten Geheimnis, was wir angesprochen haben, auf die Spur und gerät dann selbst in Gefahr. Wie haben Sie recherchiert? Waren Sie dafür auch nochmal vor Ort in Ägypten, in Alexandria? Ich war nochmal vor Ort. Ich kenne gerade Alexandria ganz gut und wie gesagt auch andere Orte, die, also drumherum, also Tapusieres Magna, das ist eine Ruinenstätte, wo manche auch das Grab der Cleopatra vermuten vor den Toren Alexandrias. Also ich kenne diese ganzen Orte ohnehin gut, aber ich wollte auch nochmal sicher gehen bei ein paar Details. Nur weil man etwas erinnert und auch so ein bisschen online recherchiert, das ist nicht das Gleiche, als nochmal direkt vor Ort zu sein. Also ja, wobei ich ohnehin versuche, also mindestens einmal im Jahr in Ägypten zu sein, sonst fehlt mir tatsächlich auch was. Aber ja, es ging schon nochmal darum, auch lokal koloriert oder eine authentische, nicht nur Atmosphäre, sondern Akkurates für das Buch zu sammeln. Dass alles eben passt und realistisch dann ist. Was fehlt Ihnen, wenn Sie länger nicht in Ägypten waren? Ach, es hat ja, jetzt will ich nicht wieder mit dem, es hat irgendwas kommen, aber... Ich nehme Ihnen das ab, Herr Schreiber. Ja, es ist ein bisschen schwer zu fassen. Es gibt auch Menschen, die nach Ägypten kommen und einmal und nie wieder, also die das irgendwie nicht so befällt. Und dann gibt es aber die anderen und ich würde immer sagen, so 50-50 sagen, nein, da muss ich unbedingt wieder hin. Man spürt diese Geschichte und das, was da alles in diesem Land an Zeit, den Nil hinabgeflossen ist. Und dieses, ja, die Wiege der Menschheit mit dieser beeindruckenden geografischen Kulisse, mit diesen Bauwerken, dieses turbulente Treiben in den Städten, aber gleichzeitig auch so paradiesische Orte wie Luxor mit Gärten. Das alles, glaube ich, so diese Abwechslung, die Vielfalt, die Geschichte, das hat wirklich was. Wie haben die Leute vor Ort reagiert, wenn sie ihnen erzählt haben, dass sie ja als Deutscher einen Krimi schreiben, der in Ägypten spielt? Ach, die sehen das ja auch. Auch meine Kollegen von dem Fernsehsender, für die ich das produziert habe, die teilen das fleißig. Ich glaube, die verstehen gar nicht so genau, was da auf dem Cover draufsteht. Kleopatra verstehen so wahrscheinlich. Und die Pyramide erkennen sie auf alle Fälle. Die Pyramide erkennen sie auch. Ich habe auch ein paar davon erzählt. Nein, die finden das schon klasse. Also wie Sie ja gesagt haben, der Spagat ist darüber zu reden, ohne nachher die Wendungen zu berichten. Also es geht natürlich auch um das Grab der Kleopatra. Und das ist, ich glaube, das kann man verraten, nachher auch gefunden wird mit einer aber doch brisanten, überraschenden Entdeckung, die dieses Grab begleitet. Ich bin mal gespannt, wenn ich das dann auch spiegele, meinen ägyptischen Freunden und Kollegen, weil diese Königin ja schon auch etwas wie so Nationalheiligtum ist. Also so wie Pyramiden, Sphinx und Kleopatra ist schon so ein Dreiklang. Der ist auch in der ägyptischen Wahrnehmung sehr stark verankert, wenn es um historische kulturelle Identifikation geht. Und gibt es schon Anfragen oder Pläne, ist dann vielleicht auch ins Arabische zu übersetzen? Naja, nun muss man sagen, Buchmarkt auf Arabisch ist ganz schwierig. Es ist nicht so geläufig, auch insbesondere Belletristik zu lesen. Man liest den Koran, man informiert, also man liest natürlich viel Informationsliteratur oder was. Aber dass man sich so hinsetzt und ein belletristisches Buch liest, ist in der arabischen Welt nicht so verbreitet wie im Westen. Das ist was sehr Westliches. Insofern werden ganz wenige Bücher für einen populären Markt im Nahen Osten auch übersetzt. Da rechne ich jetzt nicht mit. Ich würde mal eher sagen, meine Kommissarin ist ja auch in Belgien geboren und aufgewachsen, also spricht Französisch. Das würde natürlich eine gewisse Adaption in den Frankofonen Raum zulassen. Aber warten wir erst mal ab. Sie haben bereits als Schüler Ende der 90er Jahre in Syrien gelebt. Wie kam es dazu, Herr Schreiber? Ja, Freunde von meinen Eltern kamen aus Syrien, waren Ärzte in Deutschland und die haben mich immer eingeladen. Die haben gesagt, also die Kultur und die Menschen sind so nett und das Land ist so sehenswert, komm doch zu uns. Also nun gibt es auf Arabisch ja diese Redewendung, Beyti, Beytukar, mein Haus ist dein Haus. Das heißt, man lädt erst mal alle ein. Man sagt sowieso immer, kommt alle, weil man unterbewusst denkt, die kommen sowieso nicht. Deswegen weiß ich bis heute nicht, wie ernst sie es meinten oder wie überrascht sie waren, als sie dann irgendwann tatsächlich sagte, okay, dann komme ich jetzt. Ich habe es vorher angekündigt, dass ich nur nach Daraskus fliege. Aber da kamen sie dann auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ich dachte halt nur, England kann jeder und USA, dann mache ich mal Syrien, was Ende der 90er, 98 war das. Ein Abenteuer bestimmt war. Ein absolutes Abenteuer war. Es gab eigentlich noch kein Internet. Also es war in den Anfängen, ich war noch nicht online zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ganz Syrien noch nicht. Es gab auch nicht wirklich Satellitenfernsehen. Also sehr eingeschränkt, weil es war eigentlich verboten. Die Leute haben dann illegalerweise versucht, irgendwelche Sender zu empfangen. Das hat aber auch mehr schlecht als recht funktioniert. Die Zeitungen wurden zensiert, die ins Land gekommen sind. Also man reiste in so eine Blackbox. Ich vergleiche das gerne mit Nordkorea heute. Da gab es auch keine Ausländer. Ich habe einmal zwei Touristen gesehen, die da rumliefen. Die Frau hatte so einen Tropenhelm auf und der Mann, ja, also das unterstrich noch mal diesen exotischen Charakter. Als ich die da gesehen habe, dachte ich, Mensch, du bist ja wirklich irgendwo ganz, ganz weit ab vom Schuss gelandet. Später, Anfang der 2000er, als dann der junge Assad an die Macht kam, da öffnete sich das Land. Da gab es dann Studenten, Sprachreisende, Touristen. Aber Ende der 90er war das zu. Da war nichts. Wahnsinn. Sie sind in Cuxhaven geboren und in Wilhelmshaven aufgewachsen. Wie war das dann für Sie als ja Jugendlicher aus Norddeutschland da anzukommen? Sie haben es schon ein bisschen geschildert, aber was haben auch Ihre Freunde damals zu Ihnen gesagt, als Sie gesagt haben, ja, ich gehe jetzt mal für eine Zeit lang nach Syrien, nach Damaskus? Ja, muss man sagen, ich hatte das große Glück, dass ich mit meinen Eltern schon immer sehr viel gereist bin, weil mein Vater auch beruflich sehr viel im Ausland immer war, auch längere Zeit auch in China, war sehr viel im fernen Osten unterwegs, Indonesien, China, Hongkong, auch im Nahen Osten zum Teil und wir manchmal die Möglichkeit hatten, auch mitzufahren auf diesen Reisen. Also ich kannte schon, ich hatte schon eine Idee davon, wie Lebenswirklichkeiten auch woanders auf der Welt sein können. Und das wusste auch meine Umgebung, dass wir diese Reisen gemacht haben. Insofern, das war gar nichts Ungewöhnliches. Das war eher so, nach Gott Konstantin fährst du ja häufiger mal in so komische Ecken. Pass auf dich auf, oder? Ja, ja, das kam tatsächlich. Das kam, das weiß ich noch, also fall da keiner Blutfäde anheim, da kann ich, das war ein Zitat, das hat tatsächlich jemand zu mir, also aber jetzt nicht aus dem Schülerkreis, sondern aus dem familiären Umfeld zu mir gesagt, weil man sicherlich da so Klischeevorstellungen hatte. Falsche Vorstellungen dann vielleicht auch. Ja und nein, ja und nein. Also es ist ja sicherlich, und was ich auch eindrucksvoll fand, auch im Vergleich zu anderen, also auch Entwicklungsländern oder anderen Gegenden der Welt, wo wir waren, die Präsenz von Militär und Waffen, da musste ich mich dran gewöhnen und das fiel mir schon auf. Auch weil wir häufiger nach Beirut rübergefahren sind, das ist von Damaskus nicht weit, was damals ja noch syrisch de facto besetzt war, wo wirklich überall Panzer rumfuhren, also schwer bewaffnetes Militär. Die Familie, bei der ich war, die hatten Maschinenpistole vorne im Auto, weil der Vater auch politisch aktiv gewesen ist, muss man dazu sagen. Das war schon anders. Und gleichzeitig sicherlich ein sehr viel traditionelleres Leben, wobei es war ja eben eine christlich-syrische Familie, keine muslimische Familie, ich aber auch gar nicht so einen Unterschied da festgestellt habe. Also die Christen in Syrien sind durchaus sehr konservativ und offenerweise, die sich jetzt von den muslimischen Konservativen nicht groß unterscheidet. Alleine mit der Tochter konnte ich jetzt nirgendwo hingehen. Ja und auch so, dass auch die Frauen sich irgendwie mal das Haar bedeckt haben, das gab es halt auch. Auch das war anders und sprach ein bisschen dem Klischee, aber auch nicht nur. Also gleichzeitig waren das natürlich sehr selbstbewusste Frauen und eine Familie, die auch immer wieder im Westen gelebt hat, mit vielen Leuten, wie die Familie, die wir kannten in Deutschland, Kanada und so weiter. Ich fand es interessant zu sehen, wie das alles sich eher so miteinander verbannt. Sie haben damals aber kein Wort Arabisch gesprochen. Jetzt ist Arabisch, wie ich finde, eine sehr schöne Sprache, für uns aber nicht ganz einfach zu lernen, nicht nur wegen der anderen Schrift, sondern teilweise auch wegen der Aussprache. Wie schwer war es für Sie, die Sprache zu lernen und was waren so die ersten Worte und Sätze, die Sie gelernt haben? Ich habe mir später mal sagen lassen, von einem, der Arabisch an der Uni lernte, der Professor hätte gesagt, die ersten zehn Jahre sind die schwierigsten. Also es ist tatsächlich schwierig, wobei, vielleicht ist es gerade der Kniff zu sagen, man geht irgendwo hin, wo keiner eine Fremdsprache spricht und da muss man lernen zu schwimmen. Dann muss man, ja. Es ging halt nicht anders, wie ich gerade sagte, es gab kein Internet, es gab kein Fernsehen, keine Zeitung, nichts. Ich saß in dieser Familie in Damaskus, die keine Fremdsprache sprach und saß da den. Also ich hatte ja auch nichts zu tun groß ansonsten. Also ich saß dort und hatte irgendwann einen Stift und einen Blog und habe angefangen, auf Sachen zu zeigen und die in unserer Schrift erstmal aufzuschreiben, um danach zu plappern. Mein erstes Wort war tatsächlich Apfel. Tufah. Und da haben wir schon diesen Laut. Den Haarlaut, ja. Den Haarlaut. Der kommt man gleich üben. Da gibt ja noch so ein paar andere. Aber das haben ja auch später syrische Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind, gesagt, wo wir manchmal überrascht waren, wie schnell die auch Deutsch lernten. Es ist erstaunlich, wie schnell man eine Sprache lernen kann, wenn man muss. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist wirklich faszinierend zu sehen, auch eben bei den Menschen, die aus Syrien teilweise nach Deutschland gekommen sind. Syrien kennen die meisten von uns aus den Nachrichten in den letzten Jahren, eben hauptsächlich über den Krieg und ja durch die Menschen, die deswegen zu uns gekommen sind. Ich habe es gesagt, Sie haben damals in Damaskus gelebt. Nehmen Sie uns mal mit dorthin in die Stadt. Wie haben Sie das Land und die Menschen erlebt? Die Gerüche, die Geräusche und ja auch den Drubel sicher auf den Straßen und ja in den Märkten, auf den Märkten in den Zugs. Also ich bin nachts angekommen. Ich weiß das noch mit Alitalia. Mitten in der Nacht, zwei oder drei. Der Flughafen ist ein bisschen außerhalb, schon so die Wüste rein. Es war sehr voll. Es war natürlich sehr heiß auch noch. Es war August und ich wurde dann abgeholt, aber erst mal in ein Studentenwohnheim gebracht, weil der andere Teil der Familie irgendwie noch nicht wieder in Damaskus war. Die Familie kam ursprünglich aus Latakia an der Küste, also wo auch insbesondere sehr viele Christen eben leben und hatte gleichzeitig ein Zuhause in Damaskus, aber die waren noch nicht wieder da, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Deswegen musste ich zuerst einmal die erste Nacht mit einem Studentenwohnheim verbringen und fand mich da mit lauter Studenten wieder, die eben auch nur alle Arabisch sprachen und habe da irgendwo so eine Schlafstätte, so ein Bett gefunden. Das war aber tatsächlich sehr, sehr, sehr einfach. Also da war ich schon so ein bisschen überrascht. Was heißt, oje? Ja, ja, also ja doch, das war wirklich sehr, sehr schlicht und war auch etwas außerhalb. Ich weiß, dass ich dann morgens aufwachte und ich fand mich so mehr oder weniger in der Wüste wieder und schaute von da aus auf die Stadt. Das Interessante ist ja an Damaskus, dass es an so einen Berghang hineingebaut ist. Mit dem Antilibanon, dieser Gebirgszugtrend, die syrische Ebene von letztlich von der Mittelmeer zugewandten Bergseite. Das heißt, ab da ist es viel heißer, viel kontinentaler geprägt. Im Libanon auf der anderen Seite des Berges ist es sehr viel grüner, etwas gemäßigter von den Temperaturen. Also da ist es richtig Wüste. Das hat mich überrascht, weiß ich. Ich dachte, es sei doch etwas mehr Oase, ein bisschen grüner. Es ist schon sehr... Trocken dann. Genau, also es ist einfach Sand. Es ist auf einmal alles, wie man sich Wüste halt vorstellt. Und dann kam ich am nächsten Tag, dann war die Familie auch da, die holte mich ab, sind wir in diese Stadtwohnung gefahren, die riesig war an so einem zentralen Platz, sich über eine ganze Etage erstreckte, hatte da auch mal ein eigenes Zimmer dann. Und das wirkte sehr europäisch. Also das war so ein Boulevard und das waren so Gebäude, da dachte ich die ganze Zeit, das könnte auch Südeuropa sein. Und dann ist es eben doch so eine Stadt auch der Gegensätze. Diese Viertel, die so modern und westlich geprägt und sehr europäisch wirken, dem gegenüber natürlich diese fantastische Altstadt, wo alles noch da ist. Römische Ruinen, die grandiose Moschee aus der Omajadenzeit, die ja ursprünglich eine Kirche war, dann später in eine Moschee umgewandelt wurde, wo alles, wie man sich das von einem orientalischen Bazaar oder Souk vorstellt, in diesen Gassen stattfindet. Da werden also Tiere geschlachtet, da werden Handys verkauft. Dann kommen diese Gerüche, nach die sie gefragt haben, das sind viele Gewürze, aber auch, was ich schwierig fand, auch da kann ich mich dran erinnern am Anfang, dieser Blutgeruch, wenn irgendwo Tiere geschlachtet werden. Ja, geschlachtet und die dann ja auch hängen. Also konnte man diesen fleischigen, blutigen Geruch auch gerade in dem Wetter wahrnehmen, da musste ich mich immer so ein bisschen dran gewöhnen, auch das so zu zeigen. Es gibt es ja auch in anderen Ländern, auch in asiatischen Ländern, wo man die abgezogenen Tiere halt hinhängt und dann guckt man sich das an und kauft sich das. Das ist sicherlich für uns häufig doch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie hat Sie aber alles geprägt, diese Erfahrung? Wie lange waren Sie dann da gewesen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Ja, also ich hatte überhaupt keine Vorstellung vorher. Muss ich sagen. Ich hatte mir einen Reiseführer unmittelbar vor der Reise gekauft. Wie gesagt, es gab kein Internet. Das heißt, so die Fülle an Informationen, die man sich heute einfach mal kurz ergoogeln kann oder dass man sich das zusammenliest, das gab es so nicht. Es gab auch nicht viel Literatur über Syrien. Also die Möglichkeiten, sich davor ab groß zu informieren, waren durchaus begrenzt und hatte deswegen gar nicht so eine richtige Vorstellung. Ich stellte mir das sehr, eine Altstadt, sehr antik und so weiter vor. Und dann war es das, was mich später auch an Ägypten fasziniert hat, die Sichtbarkeit von Geschichte. Dieses Gefühl, ja hier haben sich wirklich Sachen abgespielt, die ich sonst nur aus dem Latein oder aus dem Geschichtsunterricht kannte, dort zu sein. Auch schon so dieser sehr herzliche Umgang, wenn ich daran denke, wie das mit der Familie, mit den Freunden waren, was wir für Ausflüge gemacht haben. Also sehr viel, man lebte sehr viel mehr draußen. Das ist ja was, was mich ohnehin im Süden so anspricht, dass das Leben sich so draußen abspielt. Auch die landschaftliche Schönheit sicherlich, wenn wir gerade auch in der Küste unterwegs waren. Das alles hatte schon sehr viel. Nach Ihrer Zeit in Syrien ging es für Sie besonders weiter. Sie haben nach Ihrem ersten Staatsexamen in Jura und Ihrem Volontariat bei der Deutschen Welle später dann in Beirut für eine Zeitung gearbeitet, haben drei Jahre als Reporter für die Deutsche Welle von Dubai aus über den Nahen Osten berichtet. Und eben, wir haben vorhin drüber gesprochen, später auch im ägyptischen Fernsehen, auf Arabisch eben eine Wissenschaftssendung moderiert. Was hat Sie an der arabischen Welt fasziniert und fasziniert Sie bis heute? Ja, dass es so nah und doch so fern ist, wenn man das klischeemäßig ausdrücken würde. Es gibt ja auch andere faszinierende Teile der Welt, die ich auch gerne noch mal intensiver bereisen würde. Südostasien, afrikanische Länder und so weiter. Aber das Besondere ist ja doch, dass diese Region so vor unserer Haustür liegt, eigentlich so nah ist. Also wir können schneller nach Beirut fliegen als auf die Kanaren letztlich. Und doch ist da dieser unglaubliche, kulturelle, geschichtliche Gegensatz, der so trennt. Aber wir bedingen uns ja auch gegenseitig. Das haben wir ja nicht zuletzt durch die Flüchtlingssituation gesehen. Und wenn politisch dort etwas passiert, hat es Auswirkungen auf uns hier, wie wir jetzt auch im Nahen Ost-Konflikt Israel-Gaza wiedersehen. Also ich glaube, das ist es. Diese vollkommene Andersartigkeit dieser Welt. Aber gleichzeitig ist sie uns so nah. Das macht es für mich sehr besonders. Sie haben dann von Dubai aus für die deutsche Welle aus Ländern wie Somalia, dem Jemen oder dem Sudan berichtet, waren auch in diesen Ländern unterwegs. Der Kontrast zu Dubai und den Ländern hätte nicht größer sein können, oder? Ja, das ist sicherlich so. Würde ich heute, glaube ich, auch nicht mehr so machen. Man wird ja auch älter und irgendwann hat man Familie. Also wenn ich auch an die Fluggesellschaften denke, mit denen ich da geflogen bin und diese Fluggeräte, da würde ich heute nicht mehr einsteigen, obwohl ich eigentlich sehr gerne fliege. Da war eine Notlandung irgendwo in der Wüste unter abenteuerlichen Bedingungen. Also ja, diese Reisen waren aber gleichzeitig natürlich, also ich wollte es ja auch und ich wollte auch die Welt sehen und auch diese Widersprüchlichkeit und Gegensätze sehen für meine Horizonterweiterung. Und das, um auch eine Idee zu bekommen, davon wie wertvoll auch Zivilisation ist, dass Sachen funktionieren und das nicht selbstverständlich ist, alles was wir haben. Dafür war das sehr, sehr wichtig. Für Sie bestimmt eine besondere Zeit als Reporter eben auch. Gibt es ja Erlebnisse oder Begegnungen, die Ihnen aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben sind? Ach nicht, die eine Begegnung. Also diese drei Jahre in Dubai waren sicherlich schon mit das Tollste so in meiner bisherigen, wenn ich so zurückblicke auf die vergangenen 44, jetzt bald 45 Jahre. Das war sehr erfüllend, weil ich bin Journalist geworden, weil ich habe es gerade schon gesagt, ich wollte die Welt sehen, ich wollte spannende Geschichten erzählen, entspannende Menschen treffen. Da gab es eher sehr viele. Also die Wissenschaftlerinnen am Tschadsee, mit der ich dort unterwegs war und wir über den See gefahren sind und dort, sie wollte Wasserproben nehmen und da irgendwelche Bewässerungsanlagen installieren. Ich konnte sie da begleiten. Und das, ja, diese Abgeschiedenheit und diese paradiesische Schönheit zu sehen, aber auch da diese, ja, das ist ja an der Schnittstelle zwischen arabischer Welt und afrikanischem, schwarzafrikanischem Kontinent, und das ist mir sicherlich in Erinnerung geblieben, aber auch schon diese wirklich heftigen Momente, wie Somalia war schon krass. Das glaube ich, ja. Weil es da auch fast nichts zu essen gab für mich. Also es gab, also ich bin da nach Hargeysa geflogen, das ist im Norden Somalias, mit eben einer abenteuerlichen Fluggesellschaft, bin da gelandet. Es gab auch nur einen Flug die Woche, ich weiß, ich musste dann auch gleich eine ganze Woche da bleiben. Ich habe irgendwie über das Internet mit Leuten Kontakt aufgenommen, Einheimischen, die mich abgeholt haben. Die setzten mich dann, ich glaube, das Hotel hieß Ambassador ab. Da war das Dach weggebombt und man sagte mir, auf dieser Stufe wurde eine Nonne erschossen, wo ich da gerade stand. Und dann war ich in diesem Hotel und ging zum Frühstück am nächsten Morgen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Also mir wurde ein Teller gebracht und da waren gegrillte Innereien drauf. Aber gar nicht viel, also nur so ein paar Stück. Ich fragte auch, das war also Herz und irgendwie, ich glaube, ein Stück Leber. Und der Frage, wie kommt man denn dazu, so was zum Frühstück? Also ich habe das auch nicht gegessen. Und dann sagte mir der Mensch, der mich dann eben dort begleitet, guck dir die Tiere hier an, da ist kein Fleisch dran. Die haben nur noch Organe, die wir essen können. Das kann man sich sowieso sonst gar nicht vorstellen. Aber die waren nur Haut und Knochen. Also das stimmte schon. Ich hatte zum Glück, weil die mir das vorher geschrieben haben, wenn ich was Besonderes möchte, soll ich das lieber mitnehmen aus Dubai. Ich hatte nur den ganzen Koffer voller Essen. Also nur so Müsli und Nüsse und irgendwas, was lange hält. Irgendwelche Energy Bars und habe dann eine Woche lang eigentlich nicht davon ernähren. Es gab auch nichts, es gab auch kein Gemüse oder so. Also das war schon heftig. Das glaube ich. Sie sind ja heute immer wieder auch in der arabischen Welt unterwegs. Sie haben gesagt, einmal im Jahr mindestens oder regelmäßig nach Ägypten, aber auch in Dubai sind Sie immer wieder. Wie reagieren die Menschen, wenn sie arabisch sprechen? Und wie hat ihnen auch die Sprache geholfen, die arabische Welt zu verstehen? Es ist unterschiedlich und es wandelt sich auch. Es war früher, früher, sage ich mal so, als ich angefangen habe zu studieren, um die 2000er Jahre, vor 9-11 vor allem, gab es das eigentlich gar nicht. Also ich habe da, sicherlich wird es auch veranstalten Menschen, auch Weiße gegeben haben, die Arabisch gelernt haben. Ich habe aber bis dahin eigentlich nie jemanden getroffen. Also ist die Dichte sehr dünn gewesen. Da war das natürlich also wie eine Mondlandung für die, wenn man in Kairo dann auf Arabisch was sagen konnte. Durch den 11. September hat sich auch da die Nachfrage und der Drang junger Menschen, Arabisch zu lernen, massiv geändert. Ab da graduell wurde es mehr, dass ich häufiger auch mal Leuten begegnet bin, die es überhaupt auch erst mal versucht haben zu lernen. Das gab es ja bis dahin auch wirklich nur sehr punktuell. Aber da wurde einem diese Bedeutung der Region und der Wechselwirkung noch mal besonders bewusst. Und es gab plötzlich, vor allem auf europäischer Seite, eine Nachfrage danach, dass man Menschen hat, die da auch eine Brücke schlagen können. Es ist aber sicherlich nach wie vor, weil ich es auch nicht studiert habe, ich habe ja wirklich Learning by Doing und spreche dadurch auch ganz anders, nach wie vor sehr outstanding, sehr ungewöhnlich in dieser Form. In Dubai aber zum Beispiel spricht man ja fast gar kein Arabisch. Also Dubai ist ein vollkommen englisch geprägtes Land, wo man, auch wenn ich versuche, mit Einheimischen Arabisch zu sprechen, muss ich schon echt darauf anlegen. Also die Antworten hartnäckig auf Englisch. Ja nein, die, also die, weiß ich gar nicht. Also auch, weil zum tatsächlichen Zwischenteil der arabischen Kommunikation sich so ein bisschen ins Englische verlagert, vielleicht nicht unter Emiratis, aber wenn jemand aus Marokko oder so da ist, wo der Dialekt auch so vollkommen anders ist, dass man teilweise sich ja wirklich nicht so gut verstehen kann, es switcht, also und es kommen immer mehr Anglizismen da auch rein. Also da findet so eine ganz interessante, auch sprachliche Veränderung statt. Aber das ist Dubai. Also in Ägypten oder Syrien ist natürlich die Sprache Arabisch und da merkt man dann eher, dass sie dann plötzlich auch ein bisschen aufpassen, was... Vorsichtiger sind, ich wollte gerade fragen. ...was man sagt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Sie haben sich zurückgezogen aus der aktuellen Debatte um den Islam und auch um Muslime in Deutschland. Warum und was haben Sie da persönlich auch erlebt in dieser Debatte oder in diesen Debatten? Na gut, was ich da erlebt habe, das habe ich ja auch verschiedentlich und auch gerade insbesondere im letzten Jahr gespiegelt. Da gab es eine Veranstaltung an der Uni Jena, da wurde ich dann von einer linksaktivistischen Gruppe mit einer Torte beworfen, weil ich angeblich antimuslimischen Rassismus verbreite, wobei... Also ich fand jetzt diese Aktion lächerlich und diese Torte auch lächerlich, aber das, was davor schon lange passiert ist, war eine sehr harte Gangart mit Kritik. Also dass es eben, so wie ich es erlebt habe, häufig nicht sachlich war oder auf eine konstruktive Weise, sondern wirklich etwas sehr Diffamierendes hatte. Wenn man in diesem Kontext sich äußert, passiert es sehr schnell, dass man missverstanden wird und aber auch auf keine freundliche Weise. Und da hatte ich ab einem gewissen Punkt keine Lust mehr dazu. Also wenn man auch das Gefühl bekommt, es bringt auch nichts, wenn man ein Gespräch versucht zu führen, dann führt Debatte in eine Sackgasse. Das ist natürlich für Meinungsfreiheit und für Diskussionskultur und Austausch sicherlich schwierig. Aber Sie wurden da teilweise dann auch persönlich und stark angefeindet. Genau, also diese Torte war eigentlich jetzt nicht der Anlass dafür, sondern das waren ganz andere Dinge, dass ich handfest bedroht wurde oder einfach auch Sachen behauptet wurden, auch in Artikeln, die vollkommen unzutreffend waren, ohne dass man jemals mit mir überhaupt ein Wort gewechselt hat. Ja, natürlich habe ich mich irgendwann gefragt, brauche ich das? Und da war für mich die Antwort, nein, das brauche ich nicht. Und dann habe ich jetzt, habe ich mich anderen Themen gewidmet und bin damit tatsächlich sehr glücklich. Also man muss da wieder trennen, sicher. Also für Diskussionskultur ist sowas eigentlich tragisch, wenn Leute sagen, sie ziehen sich zurück. Für mich persönlich ist das eine große Befreiung gewesen. Also eine Erleichterung vielleicht daraus, dass man dann eben auch diesen Anfeindungen oder Shitstorms nicht mehr ausgesetzt ist, denen sie teilweise ausgesetzt haben. Ja gut, also man muss ja jetzt auch nur in die Gegenwart schauen, was jetzt an Universitäten, ob das in den USA ist oder in Deutschland sich abspielt. Ich will das jetzt gar nicht inhaltlich bewerten, aber einfach die Art und Weise, wie dort Welten aufeinandertreffen, miteinander, man kann es gar nicht mehr reden oder diskutieren, dann ja so wirklich physisch und mit Worten aufeinander losgehen. Es kommt jetzt sehr offen zu Tage, aber es war, wenn man sich in diesem Diskussionsraum vorbewegt hat, auch schon so. Was glauben Sie, warum diese Debatte so aufgeladen ist und auch so aufgeheizt ist? Na, es ist ja nicht nur die Debatte. Es sind ja viele Debatten. Das ist ja auch, wenn es um Klimawandel geht, wenn es um Migration geht. Wir erinnern uns an diese Corona-Proteste. Russland, Ukraine, es ist, ich würde eher sagen, ein Merkmal unserer Zeit, dass Debatten so unerbittlich und auch wirklich inzwischen ja mit, also hart an der Grenze zur physischen Übergrifflichkeit geführt werden. Da kommt übrigens ein anderes Buch noch im Herbst von mir raus. Lasst uns offen reden, weswegen Demokratie Meinungsfreiheit braucht. Wo es, ich erwähne es nur, weil es nämlich genau darum geht und ich versuche das zu ergründen, auch im Gespräch mit Experten. Warum ist es so? Also ist es erst mal anders als vorher? Da muss man sagen, ja, also diese Form von Unerbittlichkeit und auch von Gegnerschaft in Debatten, die ist schon anders als bei vielen früheren. Es gab natürlich so Vietnam, Proteste und so weiter, die waren ähnlich und die schon große Frage, woher kommt das? Ja, es hat viel mit Bubbles zu tun, ja, es hat viel mit Social Media und so weiter zu tun, aber so in dem Gespräch mit Leuten, die da auch beforschen, klingt auch immer raus, dass wir reden in anderen Kontexten von Kipppunkten, aber dass manche Menschen auch so das Gefühl haben, wir sind gesellschaftlich gerade an so vielen Kipppunkten und dass man jetzt, jetzt was tun muss. Also die, die zeitliche Ausweglosigkeit und bei den Klimaprotesten ist es noch auch am deutlichsten formuliert, wenn wir jetzt nichts tun, dann lässt sich das ab einem gewissen Punkt nicht mehr korrigieren. Das ist aber auch bei anderen Protesten so, also auch wenn man rechts guckt mit Migrationsprotesten oder Widerstand ist auch getrieben von der Angst, wenn wir jetzt nichts tun, dann lässt sich das alles nicht mehr aufhalten. Also das Gefühl des historischen Wendepunktes, an dem wir uns befinden, führt Menschen, bringt Menschen dazu, besonders, also überzeugt, entschlossen und unkompromissbereit in Debatten zu gehen. Und was dazu kommt, es sind entweder-oder-Entscheidungen. Also es gibt auch kaum noch Möglichkeiten, einen Kompromiss zu finden. Das ist auch sicherlich bei vielen Themen rund um Islam oder Integrationsunterfall oder bei Klima. Oder das beste Beispiel ist Israel und Gaza. Also wenn man sagt from the river to the sea, welchen Kompromiss soll es da geben mit Israel? Da ist eigentlich, wenn man es ernst und wörtlich nimmt, kein Raum für Kompromiss dabei. Und das, all das zusammen, führt dazu, dass bei vielen Themen unserer Zeit diese Gegnerschaft so ausgeprägt ist und die Bereitschaft, miteinander zu reden, erstmal überhaupt, wahnsinnig abnimmt. Anfang Januar 2021 haben Sie zum ersten Mal die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau präsentiert. Wie aufgeregt waren Sie damals vor der ersten Sendung um 20 Uhr? Ach, interessanterweise lange Zeit gar nicht so besonders. Das war jetzt für euch das erste Mal, dass ich in diesem Studio stand und mich vor der Kamera präsentieren musste. Interessanterweise so fünf, sechs Minuten vor der Sendung, als ich auch merkte, dass alle anderen nervös waren. Wie übrigens immer. Also das ist interessant zu sehen, dass doch eine ganz andere Anspannung vor der 20 Uhr auch in der Redaktion, auch in der Regie herrscht als bei anderen Sendungen, weil man dann schon weiß, kein Fehler bleibt unbeachtet oder ungesehen. Und da dachte ich dann auch so, ja, es wäre schon gut, wenn es jetzt nicht komplett schief läuft. Also ja, sicher. Also ich fand es auf eine bestimmte Weise, fühlte ich mich fast wie in eine Prüfungssituation zurückversetzt an der Uni, weil Zuschauer ja, ich wusste, da gucken viele zu, die sieht man ja nicht, aber ich wusste vor allem auch alle Chefs gucken zu und werden dann anschließend sagen, war okay oder nicht. Also es hatte so ganz komischen Prüfungskarakter. Selbst wenn man wie Sie dann eben schon seit vielen Jahren im Fernsehen gearbeitet hat und vor der Kamera stand und eigentlich Profi ist. Inzwischen sind Sie seit über drei Jahren Teil des Sprecherteams der Tagesschau um 20 Uhr. Wofür gibt es die meisten Reaktionen und Zuschauerzuschriften? Versprecher, Ihr Outfit oder Ihr Lächeln? Müsste ich durchzählen. Das sind schon die häufigsten, in welcher Gewichtung jetzt genau ist schwer zu sagen. Es fällt schon auf, wenn was passiert. Also wenn irgendwie der Prompte ausfällt und ich vom Blatt ab lese, ja natürlich kommen dann ganz viele Zuschriften irgendwie dazu. Oder wenn die Krawatte am Anfang schief hängt, dann schreiben auch da sofort Leute. Also es ist schon anlassbezogen, so würde ich es nennen. Das lässt sich deswegen so schwer pauschal sagen. Aber auch inhaltlich, aber tatsächlich auch inhaltlich. Also diese Debatten, die man ja auch öffentlich nachverfolgen kann und die es ja gibt um warum berichtet ihr das und das nicht und warum habt ihr den und den Begriff verwendet, die kommen auch bei mir privat oder persönlich natürlich an. Guten Abend, meine Damen und Herren, ist ja eigentlich ein einfacher Satz, bei dem man aber offenbar auch vieles falsch machen kann. Was haben Sie da auf die Begrüßung schon für Reaktionen bekommen? Den Satz hat man ja schnell gesagt. Ja, ja, wobei Dagmar Berghoff hat mir das mal gesagt, als ich mit ihr zusammensas, dass man doch aufpassen muss, weil es hat sonst die Tendenz, wenn man es immer wieder macht und viel arbeitet, dann sagt man irgendwann guten Abend, meine Damen und Herren. Man kann das wunderbar wunderbar so wegnuscheln. Also man muss jedes Mal sich doch wieder vornehmen, man begrüßt die Leute, man ist jetzt im Wohnzimmer, wie Sie auch sagen, jetzt muss man es auch deutlich und klar und sich auch dafür Zeit nehmen und nicht einfach so rübergehen, weil es für uns natürlich etwas ist, was wir permanent sagen. Nein, es ist jedes Mal wieder ein bewusstes guten Abend sprechen. Insofern ist es gar nicht so leicht und inhaltlich, ja, es gibt verschiedentlich oder hin und wieder mal so die, auch von Zuschauerseite die Frage, muss es modernisiert werden? Es ist natürlich eine sehr ritualisierte, auch traditionelle Begrüßungsform. Bevor da jetzt Gerüchte entstehen, ich wüsste nicht, dass wir das aktiv planen. Für viele gehört das, glaubt, auch einfach dazu. Ich bin nämlich auch der Ertraditionalist und denke, es ist ja auch ein USP, ein Unique Selling Point, also etwas, was so einmalig ist, dass alle es sofort erkennen, Wiedererkennungsmerkmal. Ich werde immer sehr vorsichtig, sowas dann aufzugeben. Und mit dem Lächeln müssen Sie offenbar aufpassen, Herr Schreiber. Wo haben Sie das gelesen? Auch irgendwo, aber das ist schon länger her, glaube ich. Am Anfang haben Sie, glaube ich, zu viel gelächelt. Ja, 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 deswegen sage ich es am Anfang. Ich habe jetzt ein bisschen geübt und man muss ja auch da merken, wie viel Lächeln sieht wie aus auf dem Schirm. Das ist ein interessanter Prozess, das auszutarieren. Ich glaube, jetzt habe ich es drauf, aber richtig, irgendwann so im ersten halben Jahr muss es gewesen sein, hat sich irgendjemand beschwert. Ich grinse. So war, glaube ich, die Ausdrucksweise. Was hat sich aber für Sie verändert, dass Sie die 20-Uhr-Tagesschau präsentiert haben, quasi das Flaggschiff unter den deutschen Nachrichtensendungen? Wurden Sie danach öfter beim Bäcker oder auf der Straße angesprochen oder nur, wenn Sie einen Anzug anhaben und eine Krawatte tragen? Das ist ganz interessant. Also die Transferleistung, dass der Mensch in Sneakers, Jeans und T-Shirt mit Sonnenbrille vor einem steht, erbringen erstaunlich viele Menschen. Ich hatte, das war noch zur Corona-Zeit, mal eine Begegnung hier in Hamburg auf dem Jungfernstieg. Da hatte ich einen Baseballcap auf, so eine Jacke und noch Maske auf. Also man sah nur die Augen. Und mir kam einer entgegen und sagte, guten Tag, Herr Schreiber. Ich musste so lachen und habe ihm gesagt, Sie sollten im Fernsehen auftreten. Sie haben ja ein unerkanntes Talent als jemand, der Menschen fast ohne glich einen Anhaltspunkt erkennt. Also das gibt es. Und dann aber auch wieder die erstaunlichen Momente, wo man denkt, also der hat mich jetzt nicht erkannt. Ich weiß noch, als ich beim NDR, bei einer Sachbearbeiterin, meine Parkberechtigung verlängern wollte, die mich fragend anschaut, ja, wie heißen Sie? Und ich, also wogemerkt ohne Maske und ohne Käppi. Und ich dann sagte, Herr Schreiber, Schneider? Nein, Schreiber. Christian? Nein, Konstantin. Also das, ich fand es ganz lustig, weil ich dachte, okay, man kann offenbar im NDR arbeiten und hat das noch nicht mitbekommen. Aber, also, deswegen sage ich nur mal, es ist vollkommen unvorhersehbar, in welcher Situation und in welcher Aufmachung man erkannt wird. Aber da muss man immer mit rechnen, ja. Klar, und muss wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aufpassen, wie man auftritt. Nicht so schnell genervt vielleicht oder wenn, ja, der Zug mal zu spät kommt oder es irgendwo an der Kasse zu lange dauert? Bin ich, glaube ich, jetzt sowieso nicht so wahnsinnig cholerisch oder aufbrausend. Ja, es ist schon eher die Frage, so, was ich mir früher nicht so häufig gestellt habe, was ziehe ich an? Also wenn ich jetzt mit einem Zug irgendwo hinfahre, da hätte ich jetzt früher eben einfach eine Hose und irgendwie abgewetzte Schuhe und ein T-Shirt angezogen, da achte ich tatsächlich mehr drauf. Das stimmt. Sie schreiben die Texte, die Sie in der Tagesschau vorlesen, ja, nicht selbst. Wie kurz vor der Sendung bekommen Sie die Texte und ja, was sind für Sie so die größten Stolperfeind? Gibt es etwas, wo Sie immer wieder drüber stolpern? Ja, ja, also die Texte bekommen wir in der Regel 19.40 Uhr und haben dann circa 10 Minuten Zeit. Also 1950 sollte man Richtung Studio gehen, um noch verkabelt zu werden und so weiter. Also das ist nicht so viel Vorlauf. In der Regel schafft man das alles einmal aufmerksam durchzulesen, weil man ja doch nochmal Namen vielleicht nachschaut oder eine Nachfrage hat. Also das ist schon, da ist nicht viel Zeit. Da ist nicht viel Zeit, das passt schon so, aber ich weiß das auch, wenn ich das im Bekanntenkreis erzähle, denke ich zum Teil, man sitzt da den ganzen Tag dran oder so. Nee, nee, gar nicht. Also die Texte kommen recht knapp vorher, dann geht es auch um Aussprache und ich kann natürlich auch Anmerkungen machen, wo ich immer gesagt habe, Leute, bitte nicht. Das ist ja zum Glück lange nicht gewesen, aber eine Zeit lang Trumps Amtsantritt. Das kann man eigentlich nicht aussprechen. Also vor allem, wenn das im Satz ist, fünf Monate nach Trumps Amtsantritt, da sage ich dann mal bitte fünf Monate nach dem Amtsantritt von Donald Trump oder so. Sie präsentieren ja nicht nur die Tagesschau um 20 Uhr, sondern ja auch im Morgenmagazin, teilweise dann eben mitten in der Nacht. Wie heute hatten Sie Frühdienst, müssen Sie früh aufstehen? Da klingelte der Wecker um vier Uhr. Was fällt Ihnen leichter? Sind Sie eher ein Frühaufsteher oder stehen Sie lieber spät vor der Kamera? Ich finde diese Frühschichten am schlimmsten, wenn ich ehrlich bin. Ich finde auch Nachtschichten noch nicht mal so schlimm. Also lieber die Nacht durchmachen, da ist man dann eh irgendwie wach, aber ich finde so vier Uhr, es gibt auch... Das ist brutal. Ja, und das merke ich auch, wenn ich mit Kollegen spreche. Interessanterweise gibt es irgendwo zwischen vier und fünf so eine Grenze. Also fünf Uhr ist auch früh aufstehen. Vier Uhr ist nicht früh, das ist mitten in der Nacht gefühlt. Also irgendwo da verläuft wahrscheinlich, weil im Gehirn ja dann irgendwann Wellen, die Alpha zu den Wetterwellen werden oder umgekehrt. Das passiert, glaube ich, irgendwann um die Uhrzeit und deswegen hat man, oder habe ich dann vor allem auch um vier wirklich das Gefühl, das reißt mich aus dem Tiefschlaf. Um fünf geht dann schon wieder, aber das ist so eine magische Stunde und ich weiß noch, zu NTV-Zeiten bin ich mal, da gab es einen Kollegen, der das jeden Tag gemacht hat, diese Frühschichten. Der war im Urlaub und den habe ich eine ganze Woche vertreten. Wir haben ja sonst hier Moma eine Schicht in der Woche so, ja. Und den habe ich dann fünf Tage hintereinander vertreten und musste auch jeden Morgen so früh raus. Alle sagten immer, du kommst da rein und ich muss sagen, nee, am Freitag war ich so fertig. Im Jahre gealtert. Ja, dass sie einfach für mich entschieden haben, das könnte ich gar nicht. Das denke ich auch immer bei unseren Kollegen, die unsere Frühsendung moderieren, Respekt, wenn die so früh um halb vier oder sowas aufstehen. Aber es ist halt tatsächlich auch eine Typfrage und eine biologische Voreinstellung, die man mitbringt oder nicht und da muss man glaube ich auch oder muss ich auch akzeptieren, es wird nie so sein, dass ich um vier aus dem Bett springe und den Tag umarme. Haben Sie auch mal verschlafen oder träumen Sie ab und zu davon, dass Sie denken, oh mir ist es hin, ich verschlafe oder verpasse die Sendung? Ich habe einmal morgens verschlafen und dann, ja, ansonsten bin ich da recht zuverlässig. Es war, wir tauschen ja manchmal auch untereinander Schichten, wenn jemand nicht kann oder so und da gab es einen ganz komplizierten Tausch, wo mehrere Personen involviert waren und ich hatte nicht aufgepasst und hatte Nachtmagazin damals noch, also irgendwie um 0.30 Uhr Sendung, aber durch einen Zufall, weil ich nicht aufgepasst habe, morgens auch die 9 Uhr. Das ist auch fies. Das hatte ich eben nicht notiert. Ja, das hatte ich vor allem nicht notiert. Und nach dem Nachtmagazin oder wenn ich eben so spät Dienst habe, in der Regel mache ich sogar morgens einfach das Handy auf Flugmodus und so. Und irgendwie bin ich da so um 8.30 Uhr aufgewacht und wollte einfach mal gucken, was so irgendwie das Handy anmachen, macht den Flugmodus an. In dem Moment klingelt auch schon das Telefon und ruft mich die Redaktion an und fragt, wo bist du denn? Du bist doch gleich auf Sendung. Und das war kurz nach halb 9.00 Uhr. Und um 9.00 Uhr sollte ich da stehen und bin dann nur irgendwie in die Sachen gesprungen mit quietschenden Reifen. Aber morgens auch Berufsverkehr in Hamburg. Also da brauche ich dann auch ein paar Minuten länger und stand mit dem Gong im Studio. Also jemand stand, die Maskenkollegin stand schon an der Tür und hat mir noch schnell irgendwas ins Gesicht geklatscht. Die andere hielt so ein Hemd hin, wo ich dann reingeschlüpft bin. Und da fehlten keine zehn Sekunden und das Studio wäre leer gewesen. Aber es ist gerade noch mal gut gegangen. Wahnsinn. Das braucht man aber wirklich nicht immer. Das war schon wirklich knapp. Der Krieg im Nahen Osten, in der Ukraine, die Klimakrise und die Inflation, dazu noch Trump und vieles andere mehr. Die Weltlage macht vielen Menschen zu schaffen. Sie sind ja als Tagesschausprecher jeden Tag mit den Krisen und Kriegen der Welt konfrontiert. Kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022 haben Sie aber auch gemerkt, dass selbst bei Ihnen als Profi sich was verändert hat und Sie nicht mehr so widerstandsfähig dagegen waren. Und das mitten in einer 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau hat es Sie ja mit voller Wucht erwischt. Es gibt wahrscheinlich bessere Momente dafür. Was war damals passiert und was ist mit Ihnen vor allen Dingen auch passiert? Ja, also es kam so, dass nach diesem langen Corona-Winter, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, 21, 22, der wirklich fürchterlich war, wir dann ja letztlich so im Januar, Februar doch das Gefühl hatten, so der Winter ist geschafft. Es zeichnete sich ab, dass Corona vielleicht tatsächlich irgendwann vorbeigehen würde, dass die Regeln gelockert wurden. Also wir alle schöpften so ein bisschen Hoffnung, dass es nun endlich, endlich besser wird. Und in diese Situation kam ja damals der Ukraine-Krieg. Also die Hoffnung, dass es besser wird, wurde letztlich zerschlagen. Und es setzte bei mir und auch bei vielen Menschen in meiner Umgebung damals so Fassungslosigkeit und aber auch so eine gewisse Resignation tatsächlich ab dem Punkt ein. Und wirklich der Impuls zum ersten Mal, ich kann das alles nicht mehr sehen. Also das hörte ich zu der Zeit ganz häufig. Und bei mir war es so, dass ich während einer 20 Uhr dann diese Beiträge gesehen habe und sie waren alle fürchterlich. Also nur fliehende und schreiende Kinder und Frauen und Tote und Leichen und Bomben und Zerstörung. Und dann noch Kinderstinderring wurde auch noch berichtet. Und Jugendliche, die in Syrien auf einer Müllkippe nach Essen suchten. Also es war alles auch bildlich wirklich fürchterlich. Und ich mich da sehr zusammenreißen musste, dass man mir das nicht anmerkt. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch gemerkt, dass diese Nachrichtenlage mit mir was macht. Ich glaube, ich bin einigermaßen resilient und frohen Mutes. Aber da bröckelte auch mein Resilienzpanzer. Und ich habe das damals zum Anlass genommen, dieser Frage nachzugehen. Ja, wie kann man denn auch in Zeiten, in denen so vieles in Unordnung erscheint, trotzdem ein gelingendes Leben führen, so würde ich sagen, ohne sich runterziehen zu lassen. Ja, so wie Sie sagen, Sie haben dann eben gedacht, ich muss was machen. Sie haben sich dann auf die Spuren suchen, nach dem Glück gemacht. Was haben Sie dann ganz konkret gemacht, um da besser mit umgehen zu können? Na, zunächst war es der Zufall, dass ich das Klavierspielen wieder entdeckt habe. Ich habe als Kind und Jugendlicher sehr intensiv gespielt, irgendwann aufgehört. Und weil meine Tochter dann selbst Klavierunterricht genommen hat, haben wir irgendwann so ein billiges E-Piano uns angeschafft. Da habe ich zum ersten Mal dann wieder gespielt. Also nach dieser 20 Uhr, wo ich merkte, das hat mir nicht gut getan. Und da spürte ich sofort diesen Effekt, ja, dass man es auch ein Stück weit steuern kann. Ich kann mich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren, entweder die Horrornachrichten oder das Klavierspielen. Und indem ich das gelenkt habe auf etwas Positives, es mir auch einfach besser ging. Und ich abschalten konnte, positive Inspirationen bekommen habe. Und ich bin diesem Effekt dann weiter nachgegangen. Es gibt einen Teilbereich der Psychologie, die positive Psychologie, die sich genau damit auseinandersetzt, mit Fragen, wie kann man resilienter werden, wie kann man optimistischer werden. Und es arbeitet genau mit dem, was ich eigentlich unterbewusst gemacht habe. Indem wir Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen, die sagen Charakter stärken, lenken, trainieren wir unser Gehirn. Das Gehirn ist kein Muskel. Aber Forschung hat festgestellt, wenn bestimmte Gedanken und Vorgänge im Gehirn immer wieder wiederholt werden, vernetzen sich dort Synapsen und vernetzt sich das Gehirn in diesen Bereichen so stark, dass die Information immer schneller transportiert wird. Und andere negative Gedanken, auf den Datenautobahn, wenn man das so nennen möchte, umgelenkt werden. Und es funktioniert. Der Untertitel Ihres Buchs Glück im Unglück heißt ja auch, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Haben Sie noch ein paar konkrete Tipps? Oder was sind Ihre Tipps? Wie kann das gelingen? Ja, wenn das so einfach wäre, also es ist schon etwas höchst, grundsätzlich erstmal etwas höchst individuelles. Es gibt eben diese Charakterstärken wie Neugier, Optimismus, Sinn fürs Schöne, aber auch Ehrfurcht, die durch bestimmte Übungen sich schon ein gutes Stück weit trainieren lassen. Das habe ich so im Selbstversuch, in dem Buch probiert, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, aber es ist trotzdem etwas, wo jeder für sich auch eine Arbeit rein investieren muss, zu erfragen, was verbinde ich damit, welche positive Assoziation, also was bringt mich zum Lachen oder wann habe ich Ehrfurcht. Insofern ist das etwas schwer, so pauschal zu sagen. Es gibt aber so ein paar Glückstricks, die sind schon allumfassend. Zum Beispiel? Essen, die berühmte Schokolade, wobei Schokolade gar nicht am wirkmächtigsten ist, was das angeht, sondern Forscher sagen, das größte Glücksessen ist Sushi, weil man festgestellt hat, dass Fischöl im Gehirn positive Reaktionen auslöst und damit das Fischöl ins Gehirn kommt, braucht es Kohlenhydrate. Ansonsten kann es diese Hirnblutschranke nicht so gut überwinden. Und deswegen ist eine Erklärung dafür, dass Menschen in Japan und Taiwan die niedrigsten Depressionsraten haben, weil es nachweislich diesen stimmungsaufhellenden Effekt hat. Sport ist ein weiterer Kniff, der bei jedem funktioniert, auch beim größten Sportmuffel, weil wir evolutionstechnisch so angelegt sind. Wir schütten Endorphine aus, wenn wir uns bewegen. Das funktioniert eigentlich bei jedem, also auch wenn man sich am Anfang überwinden muss. Und interessanterweise weniger schlafen. Weniger schlafen? Weniger schlafen. Das ist auch bei akut suizidgefährdeten Menschen bis heute Bestandteil der Akuttherapie in Krankenhäusern, dass man sich nicht schlafen lässt. Schlafentzug wirkt besser als die meisten Antidepressiva in so einer Situation. Ist natürlich keine Dauerlösung, aber man hat festgestellt, selbst wenn wir uns regelmäßig vornehmen, eine Stunde weniger zu schlafen, als wir eigentlich würden, also wenn man uns ausschlafen lässt, hat das einen stark stimmungsaufhellenden Effekt. Sie können das als jemand, der viel Schichtdienst arbeitet, beurteilen, Herr Schreiber. Ja, ach nee, das ist tatsächlich so, so eine durchgemachte Nacht. Das ist ja, wie ist das, so eine Party-Nacht ja letztlich. Also man, irgendwas passiert da mit einem. Also zumindest denkt man da nicht über das Schlechte der Welt nach. Wie machen Sie das aber trotzdem? Sie sind ja weiterhin mit den Krisen in der Welt konfrontiert als Nachrichtensprecher. Schalten Sie dann auch mal, was weiß ich, das Handy oder die Nachrichten ab? Ich habe ja den Satz in dem Buch geprägt, nicht abschalten, sondern umschalten lernen. Es geht ja nicht darum, alles zu vermeiden und nichts mehr von der Welt mitzubekommen, aber sich auch andere Zeiten und andere Räume zeitlich und inhaltlich zu geben und das bewusst zu steuern, weil das kann man tun, zu sagen, ich gucke zu bestimmten Zeiten fern oder aufs Handy und dann mache ich aber auch was anderes mit Freunden in der Natur, eine soziale Aktivität. Das ist, glaube ich, der Clou. Also dieser Dauerkonsum von Nachrichten, ich glaube, der ist letztlich vor allem das, was auch eine negative Wirkung haben kann. Und News Avoidance, das ist ja so ein neudeutsches Wort, also Nachrichten komplett zu vermeiden, kann nicht die Lösung sein. Es geht eher darum, es steuern zu können und es in der Hand zu behalten und es so zu steuern, dass es einem auch noch gut tut. Weil wir gerade so viel über die Auswirkungen von schlechten Nachrichten auf uns gesprochen haben, wollen Sie den Job bei der Tagesschau bis zur Rente machen, Herr Schreiber? Sie stellen Fragen. Also ich, nein, weil ich beschäftige mich mit dieser Frage tatsächlich eigentlich nicht. Ich bin gerade froh, wo ich bin und was ich machen darf. Ich habe da jetzt erstmal oder vielleicht so rum kein zeitliches Limit vor Augen. Den Job bei der Tagesschau kann man ja eigentlich bis zur Rente machen, wenn nichts dazwischen kommt. Eigentlich ja. Mal schauen. Wollten Sie eigentlich immer Journalist werden? Sie haben schon gesagt, Sie wollten die Welt entdecken oder wovon haben Sie als Kind und Jugendlicher geträumt? Nein, ich hatte gar keine Idee davon, was Journalismus ist. Ich bin von meinem familiären Umfeld ja irgendwie so anders geprägt. Da tauchten Journalisten gar nicht groß auf. Das waren ja der Regel irgendwie Juristen und ähnliche Personen. Deswegen habe ich auch Jura studiert, weil ich auch letztlich nicht groß eine andere Vorstellung davon hatte, was ich tun könnte. Das ist die ehrliche Antwort. Es einem gleichzeitig alle Chancen offen hält und ich bin nach dem Studium zuerst in der Bank gelandet, im Controlling. habe ganz was anderes gemacht, war da dann tatsächlich nicht glücklich und habe letztlich nach dem Studium zuerst aktiv angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, welchen Beruf will ich denn wirklich machen? Und heute, so wie es klingt, haben Sie Ihren Traumberuf gefunden? Absolut. Ja, ja, absolut. Ich bin rundum glücklich. Wenn es richtig ist, schreiben Sie schon auch an Ihrem zweiten Krimi. Spät er auch wieder in Ägypten? Ja, natürlich. Ja, ja. Echinatons Fluch erscheint im nächsten Jahr und ist dann die Fortsetzung des derzeitigen Krimis und da bin ich jetzt gerade im Schreibprozess. So ist das. Geht Schlag auf Schlag. Da freuen wir uns drauf, denn Ihr erster Krimi Cleopatra. Das Grab ist wirklich spannend, macht viel Spaß und gibt einen Blick in eine ganz andere Krimiwelt. Kann man eigentlich bei der Verabschiedung in der Tagesschau auch so viel falsch machen wie bei der Begrüßung? Ja, so viel falsch machen kann man nicht. Also bei der Begrüßung jetzt auch nicht. Nö. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Nö. Kann man nicht. Also da ist mir noch nichts passiert. Das ist, glaube ich, der einfachere Teil. Dann wünsche ich Ihnen auf alle Fälle auch noch einen schönen Abend und ja, vielen Dank für das Gespräch und komm bald mal wieder in Saarland, Herr Schreiber. Sehr gerne, mache ich. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.